Hallo, hier ist Python, das hier ist der Anfang einer Videoreihe, die euch sämtliche Informationen zu Pokémon-Videospiel-Turnieren geben soll und damit sind die offiziellen Turniere gemeint, also keine Fan-Turniere in Smogon-Tiers oder ähnliches, sondern eben die Turniere, die unter dem Namen VGC, also Video Game Championships, bekannt sind. Und diese Reihe soll euch eben einen Überblick über das gesamte Turniersystem verschaffen und in diesem ersten Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten rausfinden könnt, wann und wo überhaupt solche offiziellen Turniere stattfinden. Als erste wichtige Anlaufstelle wäre da Pokémon.de bzw. Pokémon.com. Hier sieht man auch schon auf der Startseite, dass es beispielsweise Infos zu den Internationalmeisterschaften oder Regionalmeisterschaften gibt, aber eben auch eine ganze Menge anderer Infos, zum Beispiel zu Sonne und Mond oder dem Kartenspiel. Pokémon Go haben wir hier auch. Das Ganze kann das je nachdem etwas unübersichtlich werden lassen. Hier solltet ihr aber am besten einen Account anlegen und das könnt ihr hier links über Beitreten erledigen. Interessant ist auch noch der Tab Veranstaltungen oben rechts. Da findet ihr auch erstmal noch eine ganze Menge anderer Informationen, zum Beispiel auch zu den Regeln. Also wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, könnt ihr euch da auch eine ganze Menge durchlesen. Was ich jetzt noch zeigen möchte, ist die Eventsuche. Da wir uns nämlich hier auf der offiziellen Pokémon-Seite befinden, sollte man dort wirklich alle Turniere finden. Die Betonung liegt leider auf sollte. Hier kann man dann eben eine Stadt eingeben und ein paar Suchkriterien festlegen, die allerdings auch nicht optimal sind, um ehrlich zu sein. Ich habe als Beispiel jetzt mal Hannover genommen und da sehen wir, dass es ein Sammelkartenspiel-Turnier am 24. September gibt. Und wenn wir hier drauf klicken, dann kriegen wir auch die genauen Infos dazu, wie zum Beispiel auch die Adresse. Aber am gleichen Tag gibt es auf jeden Fall auch eine Premiere-Challenge, also ein Videospiel-Turnier, was hier einfach nicht angezeigt wird. Deswegen gehen wir mal schleunigst weiter zur nächsten Adresse. Das wäre nämlich das Bisa-Board, das wohl größte deutsche Pokémon-Forum. Hier gibt es auch einen Bereich zu den Videogame-Championships mit sehr vielen Informationen. Und das Ganze bietet natürlich auch eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Spielern auszutauschen. Und hier in dem Bereich Offline- und Online-Events werden zu sämtlichen Turnieren auch Topics erstellt. Hier sehen wir dann auch die Premiere-Challenge in Hannover am 24.09. Also hier kann man einiges an Informationen bekommen. Erwähnen möchte ich dann auch noch Nugget Bridge. Da bin ich allerdings nie, um ehrlich zu sein. Erst recht nicht, seitdem das Design von Solide zu Schrott geändert wurde. Aber das ist eben der beste internationale Treffpunkt für VGC-Spieler. Also da könntet ihr je nachdem auch mal vorbeischauen. Ansonsten kann es natürlich auch helfen, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und seit kurzem gibt es auch noch eine neue Facebook-Gruppe, bei der sehr viel ausgetauscht wird. Wenn ihr dort auch rein möchtet, dann könnt ihr mir einfach auf meiner Facebook-Seite eine Nachricht schreiben. Dann leite ich das Ganze weiter, dass ihr dann auch in diese Gruppe kommen könnt. Kann sich auf jeden Fall lohnen. Und dann war es das erstmal für dieses Video. In den Kommentaren ist wie immer Platz für alle Fragen. Und damit bin ich raus. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.